Willkommen zurück in dem aufregenden irgendwas. Ich habe vergessen, wie man das wechselt. Das ist auch vollkommen egal. Wir brauchen schnell Licht, bevor unsere Kerze hier ausgeht, unsere Funzel. Deswegen laufen wir ganz schnell zurück. Wir wissen ja, wo es da eine gab. Wir müssen nur schnell die Treppe hier runter und dann können wir uns so ein Lichtlein schnell noch schleppen, bevor wir dann wieder... Ich weiß gar nicht, wo wir hingehen sollen. Ich nehme mal an zum Schreien. Jep. Nein, doch. Ich will... Hallo? Ja. Dankeschön. Na, ich wollte eigentlich noch... Ich mach das mal schnell. Ich weiß ja, dass da oben noch in dem Schrank noch mal sowas ist. Ein Gegenstand. Da müssen wir kurz hier durch dieses Zimmer laufen. Ich weiß auch, wo noch Kerzen liegen. Falls wir noch welche brauchen, aber ich denke mal, dass wir zum Schreien müssen. Entweder zum Schreien oder weiß ich, gibt es sonst noch irgendwo was, wo wir hin könnten. Wo sie sein könnte. Hier ist Gott der Medizin. Brauchen wir, wie gesagt. Das ist ja mehr als zu wenig. Und... Ja. Ja, nee. Darauf lasse ich mich nicht ein. Ich kann ja gestohlen bleiben. Also wenn die sich nicht gleich zeigen, habe ich jetzt keine sonderliche Lust darauf, gegen sie zu kämpfen. Ja, da war sie gerade oben. Voll Suze. Aber wie gesagt, wenn die nicht möchte, wenn die erst da oben auftauchen muss, da habe ich keine sonderliche Lust, gegen die zu kämpfen. Ich weiß, wir sollten wahrscheinlich eher gegen sie kämpfen, aber vergiss es. Wie gesagt, wir haben Termine. Wir haben ein besseres zu tun, als da die Zeit zu vergeuden mit irgendwelchen weinerlichen Geweine. Und ich wüsste auch gerne immer noch, wie ich das wechsle. Ohne, dass ich den Film wechsle. Wie mache ich denn das? Ah, doch. Auf der Taste. Okay. Die hat Noah ein bisschen gesponnen. So. Bevor ich jetzt ganz falsch laufe, speichere ich nochmal die ganze Sache hier ab. So, 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 so. Ich speichere mal hier. Ja. Na komm schon. Na komm schon. So. Okay. Schauen wir mal. Hier gibt es auf jeden Fall auch noch einen Gegenstand mindestens. Ein. Wäre wahrscheinlich zu leicht, wenn wir da hingehen und da der Gegenstand da noch ist. Kräutermedizin. Nehmen wir natürlich mit. Da ich jetzt hier nichts höre, ist sie vielleicht noch gar nicht hier. Dann muss ich in den Nebenraum kurz. Der Spiegel des Verlustes ist nicht mehr auf dem Alter. Oh nein, der Spiegel mit den eingravierten Erinnerungen und Sehnsüchten der Schreinmaid von ihrer Hand zerstört. Ein Spiegel mit den eingravierten Gedanken der Maid. Wenn ich diese Gedanken nur irgendwie hören könnte. Kannst sie, dachte ich doch, hören. Ne, hier ist jetzt nichts mehr. Okay. Dann laufen wir schnell in den Nebenraum. In das Bücherlager. Mit etwas Glück finden wir vielleicht dort noch etwas. Ich meine, sie kann es doch hören. Die verschiedenen Sprüche von ihr, aber... Unser Empfang ist scheinbar nicht sonderlich gut. Deswegen ist es nicht so leicht. Jetzt müssen wir halt schauen und gucken, wo wir hier noch was finden. Ich habe nämlich nicht so die Ahnung. Deswegen laufen wir schon ein bisschen planlos jetzt umher. Vor allem hier hin. Wo es den Kusabi gibt. Ich weiß gerade nicht, wo ich hinlaufe. Ist das richtig? Finden wir es raus? Ich weiß es nicht. Na, blöd. Immer diese unheimliche Puppe vor allem. So. Ich habe vergessen, wo ich hin wolle. Ach ja, genau. Ich wollte hier hin. Ist richtig. Scheinbar. Ob es wirklich ganz richtig ist? Also ist es scheinbar nicht, weil wir hören ihre Stimme hier nicht. Ich hatte nur gehofft, dass wir hier noch ein Lichtchen kriegen. Na? Nicht? Oh, oh. Oh, 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 oh. Das gefällt mir gerade gar nicht. Jetzt haben wir uns so sehr beeilt und dann sind wir doch falsch. Uiuiuiuiuiuiui. So, dann hier wieder dran vorbei. Sorry, kommt immer ein bisschen zu langsam. Ich bin gerade mit Ray ziemlich schnell unterwegs. Da habe ich nicht so die Zeit für euch. Ah, das war nicht hier. Das war woanders. Dreck. Das war nicht hier. Das war woanders. Mit der... Mit dem, äh, Gegenstand. Das war eins davor. Am Ausgang quasi. Von hier. Jetzt komm. Ich muss noch unbedingt herausfinden, wo der letzte, äh, wo die letzte Scherbe ist. Das wüsste ich noch gerne. Hier nicht. Ich dachte, hier wäre ein Gegenstand. Ich war mir fast sicher. Okay, dann laufen wir jetzt wieder zurück. Hier rein. Ach nee, hier kommen wir ja her. Nein, ich muss zum Kusabi. Äh, also da wo der Kusabi war. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Das ist ja Case Domäne eigentlich. Da werden wir, zumindest werden wir da, insofern wir durchkönnen, hier nichts finden. Nein. Insofern, dass die Reika hier nicht sein wird. Ich glaube, wenn, dann wird sie nur noch am Ende da irgendwo sein. Wir gucken schnell hier rein. Nichts. Okay. Gut, irgendwo. Hätte auch gar keine Lust, dass da hier irgendwas ist. Müssen uns nur etwas beeilen. Ich weiß, wie gesagt, dass es bei Mikus Raum auf jeden Fall noch etwas gab. Mikus Raum, sag ich schon. Lichterreinheit. Genau das. Achso, wir hatten sogar noch ein bisschen. Sorry, wenn ich euch jetzt wirklich damit, äh, naja, nicht langweile, aber gerade suche. Ich weiß halt gerade selber nicht, wo es hier weitergeht. Ich gucke mal auf die Karte. So, hier waren wir noch nicht. Achso, genau, da wollte ich auch hin. Wow, hallo, blinde Frau. Hier, ein Foto. Oh. Zählt das da? Gerade so, ne? Ich nehm mal die größeren Föme. Ja, das ist echt blöd. Ja, das ist echt blöd. Kann ich das wechseln? Danke. Ich muss das mal auf langsam machen, weil... Ich krieg die einfach nicht. Ich mein, die kann ich jetzt fotografieren, weil ich ohnehin hier noch, äh, nicht kriege. Zack, nimm das. Geh weg. Jetzt hab ich dich. Jetzt. Entschuldigung. Ging doch ganz gut. Wie viele Punkte? 13.000. Bringt nicht so viel. Naja. Dann war es doch richtig, dass wir hier hingegangen sind. Ich dachte mir nämlich, dass sie hier als letztes noch ist. Ich fühle mich, dass du in meinen Träumen bist für so lange. Über und über. Aber ich will nicht mehr diesen Träumen. Ja, das ist richtig. Das ist ja auch ein Albtraum. Jetzt hängen die ganzen Puppen hier auch auf dem Boden. Das ist auch ein bisschen unheimlich. So, einmal drumherum gelaufen. Da liegt etwas. Und zwar die Spiegelscherbe 4. Die Teile des Spiegels alle zusammen. Spiegel des Verlusts. Das ist ihre Sehnsucht. You. Ich bin. Ein Buch wurde mit der Spiegelscherbe verstaut. Ein Buch wurde mit der... Das heißt, da ist ein Buch in der Spiegelscherbe drin, oder was? Oder... Achso, nee, es war mit eingewickelt. Tätowiertes Tagebuch 2. Oder Tätowierungs... Na, egal. Ich ertrage das Aufspießen der Seele, damit Menschen Gefühle abladen. Der Schmerz der Stechpalme bringt mir viele Träume. Viele Arten von Schmerz und Liebe. Ich nehme den Schmerz an, allein zu sein. Den Schmerz des Lebens. Aber die Schmerzen, die ich ertrage, vergehen nicht. Sind eingraviert, versteckt und bleiben. Von den vielen Schmerzen sind die lebhaftesten die schlimmsten. Niemand nimmt mir meine Stechpalme. Sie gehört nur mir. Ich ritze meine Gefühle, meine Palme in die Spiegel und zerbreche sie hier. Denn die Gefühle gehören nur mir. Doch stünde es in meiner Macht, so würde ich ihn noch einmal sehen. Nein, willst du nicht? Wir haben da ein wichtiges Tagebuch-Notizfragment. Warum ist denn das jetzt weiß? Warum sind wir denn jetzt hier? So, da gucken wir gleich mal rein. Raika Kuse Die Frau, in deren Körper der Schmerz hineingeätzt wurde. Sie ist gezeichnet mit Sehnsucht und Schmerz der Überlebenden und trägt und fühlt den Schmerz weiter. Am Ende graviert man in den Spiegel den Schmerz ihrer eigenen Stechpalme. Ihr Verlangen, Kaname zu sehen. Ich möchte wieder bei ihm sein. So, mir gefällt es übrigens überhaupt nicht, wo sich das gerade alles hinentwickelt. Das wirkt ziemlich, naja, beunruhigend. Deswegen, ich bin mir echt nicht sicher, ob das so gut ist oder auch nicht. Ich speichere mal hier. Ja, viel wird es wahrscheinlich jetzt wirklich nicht mehr sein. Wir neigen uns dem Ende. Ich hoffe, wir sind dafür mehr oder weniger vorbereitet. Äh, das wollte ich nicht drücken. Ich wollte gucken. Ich sehe hier schon wieder so ein Flimmern. Aber unsere Kerze brennt noch. Da ist die Frage, wie lange. Ich dachte, jetzt kommt hier noch ein... Guys. Wollte ich sagen. Da ist sie. Der Tätowierfrau. Warte auf mich. Das ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Das hört sich schon sehr nach Ray an. Ich glaube, die gibt sich genauso selber auch die Schuld an dem Tod von Yu wegen diesem Unfall. Ich glaube, sie war ja im Steuer. Wenn ich mich recht entsinne, aber... Naja. Wie das eben so ist mit Schuld geben und so weiter. Das hört sich hart an, aber... Okay. Jetzt müssen wir hier nochmal gegen die kämpfen. Hab dich, glaube ich. Na, wie gefällt es dir so langsam unterwegs zu sein? Oh, das hat dich lang gehalten. So. Haben wir dich? Wie gesagt, ich kann mich erinnern, dass der Kampf nicht sonderlich schwer war. Voll daneben. Mist. Vielleicht dauert er ein bisschen. Bam. Bam. Oh. Bam-o. Toll, was habe ich das für Punkte bekommen? Gar keinen oder was? Ich habe den Spiegel der Verluste auf den Socke gestellt. Der ist auch auf magische Weise wieder zusammengeklebt. Ist ja nicht so, dass wir nach Kleber gesucht haben oder so. Der Verschluss der Bambusschirme ist geöffnet. Achso. Ah, so. Ah, ja. Okay. Scheinbar war das Ding hier hinten zu. Das wusste ich nämlich nicht. Und wir hören schon wieder irgendwelche Gesänge. Und unser Zeug geht natürlich wieder alle auf durch die Tür. Oh, der letzte Speicherpunkt. Ich glaube, das schreit nach Finale und ich glaube, dieses Finale geben wir uns oder schauen wir uns, besser gesagt, in der nächsten, vielleicht auch letzten Folge. Deswegen habe ich das L gerade so rausgezogen. In der letzten, nächsten Folge an. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und ja. Wir sehen uns dann. Cheerio. Ich bin gespannt. Vielen Dank.